Hallo Leute, ich bin Stella und möchte euch Straightforward vorstellen. Straightforward ist das Studentenfernsehen der DEKRA Hochschule für Medien. Einmal im Monat stellen wir, die Redaktion, neue Produktionen der Studenten vor. Das sind mal journalistische Beiträge zu aktuellen Themen wie Wohnungssuche, Migration und Rassismus, Klimaschutz. Es sind aber auch... Es sind aber auch Porträts, Kurzfilme, Musikclips, Schauspielügungen, Ton, Bildexperimente, Gedichte, Bedienungsanleitungen und vieles mehr. Wenn es uns, der Redaktion, gefällt, dann kommt es in die Sendung, die ihr auf unserem YouTube-Kanal sowie auf dem Berliner TV-Sender TVB und ab sofort hier bei AlexTV sehen könnt. Bis zum nächsten Mal.